ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich schmeiß mal Crap weg Hab ich Live-Essence, Wind-Essence? Nee Wind-Essence hab ich nicht, die muss ein anderer unterbringen Ich bringe sie unter Ah, ich hab ja noch einen Rucksack Ich mach mir auch mal noch einen Ja ich brauchst du keinen, ich hab den Big-Backpack gefunden Nee ich aber noch Also ich hab drei gefunden insgesamt Die sind jetzt alle fast voll Nimm doch jeder noch was zu essen Ach, ich hab essen Hier unten ist er auch noch in der Chest, ne? Bitte? Da unten ist auch noch ein Chest, ne? Wo? Für die Chest denn? Da hinten auch, ach die schon Ja die ist scheiße Das ist nur Mülder Die scheiße Scheiße Ja unsere zwei Bücher liegen da drin von Madrails & You Ich nehm mal ein Bett mit von mir Ich auch, ich nehm Haralds Bett mal mit Wo ist denn eins? Ah das steht noch da unten Passt das jetzt oder haben wir hier noch Boah, in der Chest ist ja noch mehr drin Ja noch vier Dinge Uns wollen wir denn jetzt umziehen Ja klar Okay Weil, was willst du hier bleiben? Auf dem Schneeberg? Ist nicht grad meine Trauminsel Lass uns mal irgendwie so ein ganz kreatives Haus bauen Äh, jeder kriegt sein eigenes Zimmer So, ich nehm mal die Table mit Ich nehm noch eine Reizzone So, das Clay muss ich auch mitnehmen So, das Clay muss ich auch mitnehmen Das brauchen wir ja Früh zu früh zählen Alter, wir ziehen hier schon zum zweiten Mal um So, das ist ja kein Umzug gewesen beim letzten Mal Wir haben ja hier nur unsere Zwischenbase gemacht, damit wir die Sachen nicht verlieren Hm Ich weiß schon, das haben wir auch in der ersten Base gemacht Ah So, also ich hab noch jede Menge Platz im Rucksack, aber ich wüsste nicht, was schon alles mitnehmen soll So, ich hab hier noch einen ganz freien Rucksack rumliegen Achso, den Racken und Freezerite Helm, der ist schon kaputt Die Freezerite Brustpanzer hab ich dabei So, da ist der auch schon kaputt Nö, der ist noch voll Moment, ich glaub ich hab noch Dias dabei Ich glaub ich auch hier noch irgendwas Ja, sechs Dias hab ich noch Ich glaub ich noch einen Helm Okay Ja, ich brauch noch einen Helm Ich hab auch noch einen Eisenhelm Ich hab keine Hose und keinen Helm Ja, Link hat den Vertauberungstich oder das Obsidian hat Link, ne? Ja Ja, den werd ich in der nächsten Folge dann nach-teleportieren, sag ich mal Er wird ein paar Stunden laufen, einfach, sagen wir so So, in welche Richtung gehen wir, Leute? Ich würd sagen Sumpf Ja Richtung Sumpf Ich hab den Sumpf Ich hab den Sumpf Specter gleich Sumpf Wir sind hier in den Alpen Schaut mal das Biom an Ja, ich bin jetzt unten Ich bin nicht mehr in den Alpen Ja, du hast ja die Feder Hopp 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 Ah Creeper und Skelette Ich hab alles gesehen Ich hab alles gesehen Ei, ein Creeper auf einer Spinne Das sieht geil aus Das sieht echt geil aus Alter, da muss ich einfach den Screen machen Screen, Screen, Screen Ich machs schon, die Spinne kommt auf mich zu, Hilfe Haa Ok, ich hab einen gemacht Vorsicht, jetzt geht der Creeper hoch Der packt den Boden rum Ah, weg hier Ja, ich bin mal weg hier Richtung Suden Alter, das kommt auf Fantenhöhe Oh, Alter, da hinten sind so viele Creeper What willst du von mir, du blödes Vieh? Zombie Boah, da hinten sind einfach etwa 5 Creeper auf einem Haufen Ah, hier auch Der ist von mir Boah, what the fuck Ah, hier auch Ah, hier auch Okay, äh, das Skelett hat ein Creeper gekillt Das hat eine Scheidenplatte getroppt Okay Oh, hier sind Zombies Ja, ja, hier ist alles Hier läuft alles rum Ja, ich hab's gesehen Boah Das ist ein bisschen anstrengend hier Bisschen creepy Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier in dieses Portal reingehen soll Tu das lieber nicht Na, doch, ich möchte mal reingehen Ja, wenn du Pech hast, landest du im Limbo Und wenn du im Limbo bist, dann landest du irgendwo, wenn du da wieder raus gehst, in der Mitte der Map irgendwo Gut, dann lauf ich dann zurück, ich geh da jetzt rein Das Mittel of Norbe, ja Erinnert ihr euch nicht an diesen Baum? Haha, ich bin eigentlich direkt beim Portal hinten wieder rausgekommen, das ist ne Verarsche Okay Nein, ich mein, ähm, Multi, wie meinst du, wenn du stirbst Oh, Moment, jetzt bin ich echt irgendwo anders Okay Okay, also Ich bin jetzt so in einem Dungeon irgendwo Der scheint aber im Void zu sein, irgendwie Oh ja, das ist ein Void Dungeon Oh ja, das ist ein Void Dungeon Haha, oh fuck Ich habe hier einfach so ne kleine Plattform Und ein paar Treppen, die da rausführen Und außerdem ist überall Void Und ich sehe ein paar Türen hier Und mir nicht Ich könnte theoretisch, jetzt hat es ja drei Türen, durch die ich zurück könnte Ich gehe mal durch die normale zurück, von der ich gekommen bin Okay Okay, jetzt bin ich wieder da Okay Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorhin war Haha Alles klar Ja, ich sehe dich vom Weiden Ja Okay Also wo seid ihr auf Richtung Süden? Aber was für eine Rende ist es ein Spiel hier Wenn du dich nach links drehst und dann da runterläufst Und was für eine Rende ist es ein Spiel hier? Und was für eine Rende ist es ein Spiel hier? Jetzt geradeaus Ja, genau Okay, ja, das ist ja auch stimmt Ich werde mir auch zu 64, glaube ich, holen zu Texture Pack Ah, das ist viel angenehmer Achso, es ist einfach ein Stutt Boah, wie viele Skelette da hinten mal sind und Zombies Ich nehme mal die Mossy Cobbles damit, das ist wichtig Für Tinkers kannst du ja Leute, ich brauche Hilfe Ich komme, ich komme Ich komme Ich komme Alle stehen und fliegen lassen Boah Ich komme mit Eisenspitzhack, die fast kaputt ist Ja, ich hau dich mit dem Knachen, du Ich wollte dich schon schlagen Specter spielt zur Zeit ein bisschen viel PvP Na, seitdem Specter High den Sieg spinnt, haut er jeden Spieler Naja Ne, ich meine ein bisschen zu viel Turs, ne? Ja Auf jeden Fall müssen wir mal zusammen eine Runde Bad Boss aufnehmen Zu dritt? Na klar Auch gerne Wenn Harald noch dazu kommt, könnten wir das Vierer-Team komplett machen Lapislazuli Weißt du Oh, hier sind Dias Oh Und Meine Spitzhack ist vorüber Banat Vogel Ja meine macht es auch nicht mehr lange Was ist das? Oh Ich habe einen Vogel kaputt gehauen Okay Das tut mir leid Der arme Vogel, ein Finch Gehe ich dich nicht von dir Der arme Finch Und wo seid ihr jetzt schon wieder? Hab ich doch gar nicht gesehen hier. Sind da zwei Harbinger? Und einer hat eine Goldrüstung an. Ja, der eine hat eine Goldrüstung an. What the fuck. Oh, ich hab eine Explosion gehört. Hilfe, Hilfe. Warte. Inspektor. Ja, heil mich. Oh, ich hab eine Explosion gehört. Ah, da seid ihr. Jetzt hab ich euch gesehen. Boah, sind da scheiß Viecher. Oh, ne, es ist ein Zombie. Ich hab gedacht, das seid ihr. Vorsicht, der macht sich wieder unsichtbar, der eine. So, ihr müsstet eigentlich genau da unten sein, wenn ich das jetzt richtig gehört hab. Boah. So, den einen hab ich. Geweck. Nein! Boah, da hinten ist er. 100.000 Zombies dabei, ey. Ah, da seid ihr. Wo ist er? Ja. Da läuft er. Boah, den kriegst du ja gar nicht runter. Nee, hier und ich nicht. Der ist okay, Alter. Ah, jetzt ist er. Wer hat denn was gekriegt? Ich hab's nur scheiße bekommen. Ich hab's bekommen. Ablussfragment. Okay. Können wir noch brauchen. Twilight Force ist ja auch her drin. Was können wir jetzt mit diesen Dingern hier auch machen? Die Rumschwierinnen irgendwie. Oh, die Verschütte. Das Dias. Na, das sind Seelen. Äh, wenn du jetzt, äh, Fläschchen hast. Äh, so, äh. Soulkeeper, da kannst du, äh. Übrigens, hier können wir rein. Wo? Ja, ich bin hier gerade mit einem Kampf gegen den Creeper. Ja. Achtung, da gibt's so, so Kissen die einem auffressen. Ich baue dir eh das ab. Hehehe. Nein, ich! NEIN! Oh, ich bin in einem, einer Unterwassersee gelandet. Wo bist denn du? Ja, ich hab nur reingefallen. Da wo man rein konnte. Jonsen. Hehehe. Hehehe. Siehst du, wie ich? Hehehe. Hehehe. Dias. Ja, ich hab gar ne Spitzhacke mehr. Okay, hier bei der Lava ist nichts. He? Was geht denn jetzt ab? Das sind wieder Dias. Ah, jetzt sind wir am Teleportieren. Ja, der Kemo. Hehehe. Die Teleport-Künstler. Hehehe. Hehehe. Meins. Meins Dias. Meins Dias. Jetzt mal was zum Bauen. Abbauen. Hehehe. Hehehe. Okay, ich hab 41 Cobblestones jetzt. Pssst. Och, hör doch mal auf damit. Hehehe. Hehehe. Okay, Speckball ist die Brücke. Was? Wieso muss ich... Ich bin hier nicht Bad Wars. Hehehe. Wir brauchen die Brücke. Wir sind hier in Bad Wars. Willst du uns nen Tunnel machen? Nein, ich wollte erstmal hier an das Lapis dran. Hehehe. Sammeln mal das Gold da unten auf. Hehehe. Ja, teleportier dich, ey. Hehehe. Okay, glaub das Gold. Wo ist es? Oh, hier ist Lava. Hehehe. Komm, wir gehen in die Lava. Ein bisschen schwirmen. Hier, komm mal raus. Wo, wo? Hehehe. Halter! Willst du unbedingt sterben, oder was? Ich krieg keinen einzigen Damage. Oh, ich schon. Hehehe. Ich hab Fire Protection. Auf... Äh, Helm und äh, Leggings. So. Ich fähre die Dias. Oh, dann hol dir die Dias. Dann hol sie dir. Hol sie dir. Ok. Oh, wir werden wirklich raus. Ich hab nicht genug. Wo seid ihr? Hier. Wir sind schon oben. Hehehe. Uh, da steht ein Haus hier. Oh ja. Was ist das denn hier? Ein Hexenhaus. Uh. Da ist doch bestimmt auch irgendwas drin Sowas Hexiges Achso, Hexenmaus Ja, hier ist gar nix drin Wollen wir in den Turm gehen? Was für ein Turm? Ok, Krauten hol ich mir Und ich hab keine Spitzacke Du willst in den Turm gehen? Mit dem Equip? Ok Klar, das ist voll OP Na klar, das ist voll OP Ok, dann gehen wir in den Turm Dann gehen wir uns sterben in den Turm Jaaaa Und schon ist er da Ja, und wird direkt attackiert von nem Zombie Na gut, du kriegst ja null Schaden Hast ja Fire Protection Denkt dann, das ist hart Modus KMO Das ist nicht ganz normal, leichte Wollte ich nur gesagt haben Das ist egal, wie gut wir ausgerüstet sind Du kannst immer sterben Übrigens, den Sand können wir auch mitnehmen Weil den brauchen wir für die Splattery Ja genau Oh, ich hab euch jetzt grad kurz nicht gehört Weil man hätt's nicht mal wieder Man hat's gehört Ich glaub die Folge ist schon vorbei Ich hab nämlich vergessen Timer zu spät gestartet Ja, die Folge wäre jetzt dann gleich vorbei Stimmt Ah Man, ich will jetzt eher auch noch den Turm Aber wir sind in einer Kampfsituation Ah In einer Kampfsituation Wenn wir ein bisschen weiter spielen Ok Dann machen wir den Turm noch Uah Oh, ah nein, ich wurde vergiftet Ah, wieder ein bisschen Lawn Ein Anvil kann man immer gebrauchen Ah, bleib hier stehen Man muss das Dia-Schwert in die Hand nehmen Das Breitschwert, dann bringt der Vergiftungsschaden nichts Ah ja, das stimmt Hast du dem nie Hero angeguckt? Ich? Er hat auch Haft und Zoom schon Er braucht kein Hero für Wenn du selber ein paar Mal Hexen gespielt hast Weißt du's selber Ja Gut, aber ich hab noch nie Hexen gespielt Ich hab noch eine Kaffel Da... äh... Da war ja noch was drin Und Vorsicht jetzt Wir kommen langsam zu der Etage Wo man die Kiste nicht öffnen darf Ja, immer nach oben gucken Ob da die Decke heil ist oder nicht Ja Wenn die heil ist, nicht die Kiste öffnen Ok Gut, ich geh mal weiter nach oben Oh, wie hat der Label Gut, äh ne Ich weiß sie auch immer noch nicht Da hab ich eine Schallplatte im Inventar Du hast eine Spinne hinter dir Oh, ich mach jetzt nicht runtergeschubst werden von den blöden Spinnen hier Die Spinne läuft hier hinterher Was Gutes drin? Ja, gutes Zeug drin, ja Der ist echt vor die Nase gesprungen Oh, hier ist die Decke immer auch noch nicht heil Ja, das ne hässliche Fratze Gut, dass ich ne Goldene Feder dabei hab Oh, wie lange geht denn das Päus noch? Ah gut, fertig Ich muss noch was essen Ich auch Oh, Emeralds nehme ich mal mit Für große Chests Jaja Spätchen, du brauchst nicht deinem Kepo zu gucken, du sollst auf mich gucken Die Küste nicht öffnen, nicht öffnen, nicht öffnen Ich weiß, ich weiß, ich muss aber die Spawner abbauen Ich geh schon mal hoch Ja, ich geh mit Ich natürlich auch Okay Okay, wartet mal, ich muss mal erstmal im Wind leeren Warte, heil erstmal vor Oh ja, ich auch, ich auch, Moment Warte, ich geh mit dir 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 Runter, geh runter Runter Warte, ich komm auch, ich komm auch Achso, ihr habt ihn schon fertig Ja, ich hab ihn runter geschmissen Der ist unten, der lebt noch Okay, ich geh jetzt zum töten Ich komm mit Ich bin schneller Ja Du kriegst so viel Schaden Oh Nein Los, ich geh mit dir schneller Ey, ich hab richtig Schaden gemacht Wie ich von unten auf den Traum Oh, schon fertig getötet Ich hab dem richtig Schaden gemacht Ich hab dem richtig Schaden gemacht Ah, ich hätte eigentlich auch ins Wasser springen können Ja Bei mir war gerade mein Vater dran Ja, jetzt sind wir hier rum am schwimmen Warte mal, ich trink mal kurz was Du willst was trinken? Da ist ja genug Wasser hier Hm Das ist ja voller Seerosen hier Ah, hier kannst du doch nicht mal ein Jump'n'Run machen, ne So weit die auseinander Cool Wir sind zu nahe zusammen Bei mir Ja, ich würde sagen, ist genug für heute Ja, ich will eben noch an Land Oh ja, ich komm auch Ui, Land Vielleicht dann nimmt die beiden Weg Oh, ja, ja, kann man echt gut jumpen da an Übeln Hey, da ist Ex-Karlison Ja, die will ich gerade holen Gut, ich bin an Land Oh, da ist ne Kirche, da können wir drinnen aufhören Oh, wo seid ihr? Auf der anderen Seite Ich sehe da hinten eine Burg auf der Karte Äh, wo bist du denn? Ich bin jetzt wieder ans Festland, da wo die Hütte war Ah, du bist auf der anderen Seite Hier Auf der andere Wasserseite Ja, hier, hier sind wir, hier sind wir Auf der anderen Seite, genau wo das Schneebium anfängt Ah, da hinten, jetzt verstehe ich ja Hab ich mir schon gedacht Komm, so viel Zeit muss sein, wir warten auf ihm Oh ja Ich schwimm mit ihm Du teleportierst ja vor allem mit mir Ja, sag mal, hier im Schneebium bleiben Ist auch keine schlechte Sache Ja, gehen wir auch machen Ist ne ganz schlechte Sache Wie? Ne, ne, ne Nicht da, nicht in des Schneebium Hä, wo jetzt? Da hinter Aber da hinten gibt's ne Burg Na, hier hinten gibt's auch den Turm Ah, diesen Turm Moment, ich komm jetzt da nach hinten Wo seid ihr denn jetzt, Alter? Ich geh zur Kirche Ich hab jetzt, ich hab ihn jetzt gesehen Den Kimo Ich hab den Kimo auch gesehen Ich hab ihn heute auch schon gesehen Echt? Echt? Ich hab mich nicht gesehen Ich mich auch nicht Ich bin heute noch nicht mit fünf Fotos rumgelaufen Stimmt, sollte ich jetzt mal tun So, hier bin ich So, bleib mal so lange hier drin Jo Warte kurz, ich will mich ganz oben hinstellen Ja, hier hast du die andere Leiter auch noch Ja, hier hast du die andere Leiter auch noch Du weißt aber schon, wenn du da ganz oben stehst und die können Mobs spawnen Ja, hier hast du das Oh geil, hier sind ja Mammuts Oh ja, meinst, sowas habe ich auch noch auf Lager Ja Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen hier Schluss Jo Dann bedanken wir uns wieder mal fürs Zuschauen Die Abmoderation macht diesmal Multi Okay Also, das war's von dieser Folge Hexit Bisschen länger wie normal, aber wir haben gut das geschafft Es hängt an zu schneiden Woah, ich fahr runter Ich hab immer noch Wetter auf Ja, ich würde sagen auf jeden Fall Schaut bei den anderen auch vorbei Liked die Folge von den anderen Das freut uns natürlich alle sehr Unterstützt uns auch weiter Fandst du das Projekt geil findet Und ich würde auch einfach sagen Hauptsache, schaut euch das nächste Mal wieder zu Und Hauptsache, sagt euch Spass gemacht Ja, klar Bye bye Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao